Beim Berlinale Co-Production Market dreht sich alles um internationale Kooperation. Dieses Jahr stellen wir 36 Spielfilmprojekte aus aller Welt vor, die bei uns Co-Produktions- und Finanzierungspartner unter den 600 Teilnehmern suchen. Zum Beispiel sind dabei das erste Langfilmprojekt von Franca Potente, die als Regisseurin schon mal einen Kurzfilm bei der Berlinale hatte. Oder ein brasilianisch-kanadisch-israelisches Projekt mit so namhaften Regisseuren wie Todd Solons und Mohsen Magmalbaf an Bord. Gemeinsam mit Berlinale Talents unterstützen wir zehn Produzenten, die neu auf dem internationalen Markt sind mit ihren Projekten im Talent-Project-Market. Und wir verbinden Filmproduzenten mit anderen kreativen Industrien, zum Beispiel mit der Verlagsbranche bei Bookset Berlinale, mit der Virtual-Reality-Industrie. Und mit der Serienwelt bei Co-Pro-Series, wo wir acht neue Serienprojekte vorstellen, die hier auch Partner suchen. So wie vor drei Jahren Babylon Berlin, was hier anfing und ja sehr erfolgreich gemacht worden ist. Bei den Spielfilmprojekten in den 15 Jahren, die es den Berlinale Co-Production Market gibt, gibt es schon 260 Projekte, die in der Zwischenzeit gemacht worden sind. Davon laufen fünf dieses Jahr bei der Berlinale, was wir super finden. Zum Beispiel gehören dazu Drei Tage in Kiberon von Emily Artev oder Filia Mia, Daughter of Mind von Laura Bespuri aus Italien. Ein weiteres unserer Projekte ist derzeit im Oscar-Rennen, A Fantastic Woman von Sebastian Lelio. Und apropos fantastische Frauen, der Co-Production Market wird ja von einem Dreier-Frauen-Team geleitet und selbstverständlich ist es uns ein Anliegen, Produzentinnen und andere Firmemacherinnen zu unterstützen, auch in unserem Panel- und Talk-Programm. So machen wir zum Beispiel eine Diskussionsrunde zur längst überfälligen Gleichstellung von Frauen in der Filmindustrie. Ein Zustand, der sich derzeit leider noch signifikant verschlechtert, wenn die Frauen Mütter werden. Ein weiteres unserer Anliegen ist das Thema Nachhaltigkeit, bei der Berlinale im Allgemeinen übrigens. Und wir beleuchten die grünen Filmproduktionsmöglichkeiten, am Beispiel von unter anderem Dotter of Mind, der komplett grün auf Sardinien gedreht wurde. Ja, Erfahrungen teilen, gemeinsam Projekte stemmen und Networking, das sind so Eckpfeiler unserer Arbeit und natürlich auch unabdingbar für internationale Co-Produktionen. Und so freuen wir uns auf 2018 und sind gespannt, was dieser Jahrgang bringt. Wir sind bereit, los geht's!